Musik Musik Ich hoffe du hast damit keinen Problem. Jetzt komme ich vorbei. Wenn ich den Sinn mit der Gänse. Vor die Ort. Vor die Ort. Wenn ich den Sinn mit der Gänse. Du kannst uns Barfuß laufen. Schau. Ich bin auch ready, jetzt schnell gestarten. So, drück den Fall auf Freddy, oder muss ich das immer noch mal hin einzeln, so richtig in die Flüße klappen? Würde ich mir das erst ab antun? Sofort anfängt, auf Freddy zu drücken. Ja, endlich, wir sind auf Freddy. Ich hoffe, die kleinen Asiaten machen wir platt, die kleinen Miesenschwänze. Alter, das ist sowas von geil. Es gab also eine komplette Runde mit dieser Stimme. Ja! Ey, Michi, was sagst du eigentlich dazu? Äh, crazy? I'm crazy, crazy for feelings, so lonely. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Und damit begrüße ich euch alle, herzlich willkommen! Klären und Battlegrounds! Wuhu! Äh, das klappt. Und jetzt müssen wir überlegen, wo wir natürlich hingehen. Ja, ich verreck' gerade. Ja, ich... Auf die Militärin, auf die Militärin, wuhu! Okay, wir gehen auch... Oh Mann, ich hab da nur um Militärinsel gehört, dann gehen wir da auch hin. Team, seid ihr bereit, gleich auszusteigen? Gehen wir in die Militärinsel? Team, zugr... So, auf Höhe der Brücke? Auf Höhe der Brücke aussteigen, oder wo? Nein, ich sag euch schon, in drei, zwei, eins, go! Es geht, ich mach' schon! Wuhuuu! Wir sind Taliban. Al-Wakba, Al-Wakba. Na, 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 na. Al-Wakba, Al-Wakba. Na, 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 na. Links von uns haben wir zwei Leute. Die wollen auch... Die kleinen Fotzen soll sich verpissen, es ist unsere Insel, die Drecksecke! Warte, ich mach' kurz den In-Game-Chat an. Okay. Ey ihr Fuss, könnt ihr mich hier verziehen? Ballschirm zünden! Okay, Meldung vom Chef, ich muss jetzt leise sein. Hehehehe, ich bin alleine, ich kann schon ausschreien, wie ich bin! Huhuhu! Okay. Oh Gott, das ist so crazy einfach mit dieser Stimme. Oh, ich hoffe bloß, dass ich jetzt hier im Haus am Abend bin, ich gehe. Die drei Leute sind jetzt quasi unter uns und hinter uns, wenn man das so sieht. Ich fliege erst mal direkt zur großen, mehrfach Antenne da, ne, wie ihr wisst. Ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß genau, was du meinst, Creme-Schnittchen. Ja, bin ich aber zufrieden. Ich hoffe, wir treffen uns heute Abend noch mal ein kleiner Süßer. Hehehehe. Aber... Hör mal was dazu. Bist du abwesend? Ich glaube, ihr verträgt das nicht so ganz. Ne, ne, wirklich. Ich auch nicht. Ah, schön. Nein, auf mich wird geschossen. Nein. Ah. Nur gedacht, dass du nur bei drei Gegner gespawnt bist. Ich bin genau hier oben gespawnt. Also genau hier oben. Geil. Und direkt in M416. Geil. Quasi. Lass mir waschen über, wenn ich hier hochkomme, bitte. Kaun-UMP. Mario... Ach gut, dass du oben gespawnt bist. Ich bin die Leiter O-Hood, hab drei Vierfach-Suche gefunden. Zweifach-Rucksack. Ich hab' den Magazin. Aber ich bin... Ich glaube, das wird später mit dieser Stimme noch sowas soll eskalieren. Ich hab' vierfach-Suche für dich. Geil. Witz, ich hab' vierfach-Suche für dich. Geil. Bleib stehen, ich bin hinter dir. Achso. Das ist übrigens, ich brauche lieber Apfel. Ehhhhh. 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 Ich hab' die Granate. Ich spreng' jetzt in die Luft, wenn du hier nicht sofort bist. Super. Und ich spreng' mich in die Luft. Luft, 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 Luft. Deng. Das war halt gesagt. Okay, für den Untergang kannst du arbeiten. Mit der O-M-P. Schon. O-M-P nehm' ich gar nicht erst. Da, die Skadi willst du bestimmt haben. 17. Ich will ne Waffe. Ich will ne Waffe. Ich will ne Waffe. Aber wir kriegen, wir haben für den Nachlauf nicht einfach alles genauer. Ähm. 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 Ich hör' deine Lunte. Nein. 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 Fuck. Versuch' mal nicht zu sterben. Ja, das ist trotzdem nicht so gut wie erledigt. Nein, auf. Ich hab' der Waffe mit Null Schuss. Ist lustig, versuchen nicht zu sterben. Krämer, okay. Ich kann dir ein bisschen was geben. Ab ein. Er ist tot. Schön. Nein. Oh, bist du, ist der Muni gelootet? Hier. Ich hatte natürlich nichts dabei. Geht's dir gut? Ja, er hat mich nicht getroffen. Er war am Looten. Nein. Oh, ich bin down. Das war so klar. Mario. Ja, jetzt erschieß' mich schon, du Wichser. Mario. Versuch's über den... Nein, der steht direkt vor mir, warte, wenn ich verblute. Ist irgendwo im Haus. Okay, okay, ich kann nicht mehr zu dir hin kommen. 10% und... Scheiße. 7... 6... 3... 2... 1... Und tot. Liebste, wäre ich da direkt zu dir gerannt, aber... Scheiße. Ja. Ist egal. Das ist halt Militär-Base, ne? Was soll man da erwarten? Ja, mein Mann, ich bin halt leider nur zu zweit oder zu dritt raus. Keine Angst, ich werd das die komplette Runde durchziehen. Ich würd's auch hoffen. Warte, sag mal, wir sollten mal weniger mit unseren Fans zocken, oder? So jung, wie die noch sind. Ja. Wieso? Wie war das? Krämer war ein Fan, ne? Ja. Sechs Jahre oder so. Höchstens. Er ist doch sehr, sehr jung. Hey, ich werd bald sieben, du Vollidiot. Du fuck. Wie, du bist schon eingeschult? Wie? Alter, ich bin schon eingeschult, da ist deine Mutti, die ich letzte Nacht hatte. Ja. Genau. Ja, aber da ist was da. Mit sieben, mit sieben Jahren sind die schon so drauf. Mit den Sprüchen und so. Krämer war auf jeden Fall damals schon so. Das könnt ihr gar nicht sagen! Ja. Ja. Wollte ich ja auf die Militärin zu, weil ich dann dachte, das wird eine schnelle Runde und ich danach die Kiffstimme wieder ausmachen kann, weil ich ja gesagt hab, eine Runde mache ich jetzt. Ähm. Wird ein bisschen länger. Einfach. 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 Aber ich werde mein Wort nicht brechen und ich werde das die komplette Runde durchziehen. Naja, du hörst das ja auch nicht, oder? Ich hab vorher ausgeschaltet, dass ich selbst höre. Eine kluge Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Ey, das ist ein Boot, ne? Das ist ein Boot, ja. Oh Gott, links ist ein Auto. Verdammt mich. Äh, sind da Fahrer drin? Also, oder ist das jetzt einfach nur so? Verdammt mich, das hab ich gesehen! Oh Gott nein, Michi! Ja? Ähm, das sind ein paar Bomben. Warte, ich hab's grad durch die Bomben durchgelaufen. Ich hab's gesehen. Ähm. Oh. Ich dreh mich grad. Ich dreh mich grad. Oh Gott, ich seh's glaub ich auch. Oh Gott, warte Zeit. Äh. Ich war jetzt aber nicht lang in der Bombenzone, oder? Nee. Erstaunlicherweise ist es sehr kurz. Ja, das stimmt. Ich war ja quasi gar nicht kurz. Äh. Wir müssen aber trotzdem weiter hier Richtung Bomben. Richtung Trump laufen, weil da die Zone ist. Also, andere Leute haben ein Auto gehabt und sind grad an euch vorbei? Ja. Sie waren hinter uns. Dann ist sie dort hinüber. Sie waren noch hinter uns. Also, sie waren noch hinter uns. Also, es könnte sein, dass ich sie gleich von hinten uns in den Rücken gefahren und alle kleckte. Ich höre ein Auto. Ich höre ein Auto. Links von dir. Positiv. Ja. Bei dir, Chris. Ähm. Alter. Ich hab ja gesagt, links zu hinter dir irgendwo. Warte mal, ist meine Kopfhörer falsch schon? Ne, meine Kopfhörer falsch schon? Ne, meine Kopfhörer falsch schon. Es hat sich trotzdem nach rechts gehört. Ich hab's... Links gehört, ja. Weil ich hab's rechts gehört und weil meine Kopfhörer sind trotzdem richtig rum. Ich verstehe nicht warum. Ich hab's links gehört. Ja. Ich hab's rechts gehört. Meiner ist... Meiner ist der Gamezone falsch schon. Hab ich das Gefühl, dass du in manchen Spielen irgendwie so ein bisschen verpackt. Hm. Also, ne. Die Pumke ist doch nix verpackt. Also. Also, jetzt gerade ist Krämer verpackt. Und hörten. Verbitt komplett bugfrei. Verbitte mir so etwas zu behaupten, dass es die Bugs gibt. Wir können ja mal wenden abschließend. Wie viele Abonnenten wir zu den Zeitungen haben, wo das Video rauskommt. Ich schätze mal, wenn es weitergeht, 550, weil es braucht noch ein bisschen, bis die Folge online kommt. Ich weiß nicht wieviel bei Material ist. Sehr viel. Ich sag mal... Ich sag mal 570. Ich bin bei 550 und wieviel macht Michi? Ja, toll, toll, toll! Ja, guck mal hier hin! Wo? Wo? Ich sag 610. Was? Ein ausgelockt! Ein ausgelockt! Ja, ich komm mal. Ja. Nicht. Alter, du hast halt hier hin. Ihr habt da auch hingeschaut. Ich dachte, ich hab Unterstützung. Ich krieg fast nichts mit, wenn du was sagst. Ja, ich auch nicht. Ich dachte, du wärst mitgerannt. Sag doch was, wenn ihr loslädt. Das wär schon mal nur etwas. Also, links. Da oben. Spot. Der andere ist abgesetzt, der ist noch links irgendwo. Noch ein ausgelockt! Nach nach! Nach nach! Nach nach! Schatze! Ich muss erst mal... Ich muss erst mal... Du Schatze! Ich muss erst mal wieder auf... Alle drei. Ich hab alle drei kompletter Teamkill. Schön. Sehr gut. Ich muss echt... Ich muss echt mal wieder mich äh... Also, ich würd sagen, ich hab mich jetzt erst mal für sie zu looten. Ja, kompletter Teamkill, ne? Da ist noch ein Team. Ja, ich hab ein Team gekillt. Das wird ja worrechen. Ja, ich hab ein Team! Hilfe! Hilfe! Ja, wo? Wo? Krämer! Krämer, die Zone kommt. Gleich. Ja, aber wo? Auf! Ich seh den Gegner auch nicht. Ah, da oben beim Haus. Bleibt da am Hügel irgendwo. Krämer! Krämer! Danke Krämer! Danke Krämer! Du bist risky. Du musst dich sofort heilen. Und dann lauf los rein. In die Zone. Rot markiert. Also erstmal heilen. Alter, wer sch... Geh runter! Alter, geh doch in die Hocke, wenigstens! Geh doch in die Hocke! Ne, bei mir stehst du. Jetzt war ich die ganze Zeit in die Hocke. Da bin ich kurz... Ah, ist ein Fehler. Anzeigefehler. No! Run, boy, run. Ich hab das... Anstatt das Quatsch zu nehmen, ne? Ach ja, scheiße. Egal. Run, boy, run. Ist auf. Äh, Gegner auf. 15 bis... 30 Grad. Ähm... Deck runter. Krämer ist auch seit der Zone. Krass! Krass, das ist rechts von dir. Rechts von mir sind ganz viele Schüsse und vor mir waren Gegner bei denen. Links ist da, links ist da auch, links da. Ich glaub genau. Ne, links ist nix. Michiak hat 15 Grad gesagt. Das wär links. Ja, das ist ja bei dir. Es ist noch hinter dir rechts. Ja, links ist aber auch was. Michiak hat gesagt, links ist auch was. Oh! Pauli! Da, siehste. Ich dachte jetzt mal... Hab ihn! Der war direkt tot. Oh, vor uns sind wir noch mal. Der fährt noch ein Auto. 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 Der fährt weiter, Richtung Nordost. Äh, Kremer, wirst du sterben? Nein, ich wusste mich komplett. Also, ich hab mich voll geboostet und einmal ein Medikit gegeben. Musste es sein. Looted, looted. Du hättest einen Squad nehmen können, Kremer. Wärst du schneller in der Zone. Ja. Ich glaub den Helm. Hätt dich machen können. Hätt dich vielleicht sogar machen müssen. Mach das. Hab ja noch. Für die nächste Zone. Oh! Ein Zopp! Mit einem Schuss! AWM! AWM! Ah, das war rechts irgendwo hinter dir. Der Schuss kommt von links, meine ich. Der war von rechts. Der kommt von rechts. Der Schuss kommt von rechts. Der Schuss kommt von rechts. Dein Volk ist vertauscht. Aber ich guck grad. Das ist links. Links ist links. Das ist ein groß fettes L. Dann drehen wir den USB-Eingang um. Das ist nicht so arsch, ne? Das ist nicht so arsch, ne? Das ist nicht so arsch. Das ist nicht so arsch. Vielleicht haben die auch auf der Null. L und Air. Vielleicht haben die auch auf der Null. Vielleicht haben die auch auf der Null. Also L und Air vertauscht. Selma, du musst mehr Eingang. Genau. Das ist ein Klickenstecker, man. Du Donnerst. Vielleicht muss ich... Ja, dann dreh den im 180 Grad. Was? Michi, wieso bist du eigentlich immer noch ohne mich unterwegs? Weil deine Stimme mir ein wenig auf den Sack geht? Tut mir leid, ich hab's für dich ausgesucht. Vielleicht Klappe halten, danke. Schön Ficky. Hab ihn. Schön. Da ist noch einer am Baum. Ah, die Schüsse gehen auf mich. Ich bin hinter dir. Ihr müsst los, ihr müsst los. Zwei Spieler. Nein, ich will die Granate nicht. Ich hab das Mausrad in die falsche Richtung gedreht. Lass hinter das kaputt trennen, erstmal. Ja, das sind zwei Spieler, die kommen in unsere Richtung. Das sind drei. Drei sogar. Drei. Drei. Positiv. Im Haus sind auch welche. Ne, er ist direkt vor mir knapp 105. Wechsel auf die... Wechsel auf die... Ja, und dann fix ihn durch. Alter, hüpfen die bei dir auch so? Michi? Nein. Jetzt bei mir hüpfen die voll rum. Fünfter Kill. Hinter uns auf dem Feld. Hinter uns auf dem Feld. Auf Gottes Willen. Ja, da, links Michi. Ja, genau. Den hat er mir geklaut. Ich sag jetzt dazu nichts, ne? Ne, ist mir jetzt auch gerade scheißegal. Da, links Michi dies. Ja. Ich treffe so nicht. Keine Chance gehört. Das ist ne Granate. Peinlich, um wie es jetzt geht. Ne, der pusht mich von... Naja, der pusht nicht. Alles gut noch. Bleib zurück, bleib zurück. Der... Trau dich halt. Du hast genug. Wer hat ne Granate gezogen. Einer zog. Boah, geil. Was? Ich kann nix sehen, das fackt mich so ab, ne? Einer rechts, einer links von euch. Bleib du links, bleib du links. Ich bin, ich bin recht. Ich bin recht. Ich bin recht. Ich bin recht. Okay. Immer noch hinterm Baum. Die Position von dem rechten weiß ich. Die linken musst du... Scheiße. Der siebenjährige, das fackt, ne? Na, sie kommt jetzt rechts hin. Ja, genau. Beim Baum. Nehm bei Michi, bei Michi beim Baum. Ganz ruhig. Krämer, du hast... Du hast... Kümmer du dich links, Michi kümmert sich schon rechts. Ich hab den rechten. Ist im Moment alles okay. Seid ihr in der Zone? Äh, Zone, ihr seid nicht in der Zone. Ich hab ihn ausgenockt. Es ist nur ein Gegner. Okay, weiter, weiter, weiter. Zone, 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 Zone. Ich hab ihn. Hab sie eben killen. Nice. Yeah. Geil. Ich hab ihn. Oh, ich glaub's nicht. Denn einen hab ich ausgenockt. Jux! Jawoll! Jetzt sah er wieder. Krämer, du musst das schon komplett durchziehen. Da die Runde ist vorbei, wir haben es, alter! Die komplette Runde gewonnen mit der Scheiß Stimme. Von nun an ist diese Stimme der Glücksbringer! Jungs, wie viele Kässe habt ihr? Wie viele Kässe kommen durchziehen. Eins, null. Aber Krämer, mit der Schlimmer haben wir gewonnen. Du weißt, was das für den Nächster heißt, oder? Ich bin sie nicht. Nein, ich bin sie nicht. Oh, fuck war das scheiße geil. Ich bin sie nicht.